Okay, alle Freunde, hört genau zu, ja? Was? Fernsehen. Raucht. Spaß, Party, Sex und... Oh, sex-stories! Und außer den Drama! Sport und tolle Geschichten. Ist das unglaublich, oder? Das ist ein gutes Angebot. Scheiße, einfach. Klasse. Toll. Wieso? Wieso? Ich höre, wie zwei Labradore es treiben. Es sind zwei Weibchen. Warte nicht auf mich! Get over here! Toll, geschossen! Schicker Hut übrigens. Ich hatte auch mal so einen. Dann wollte meine Mamin wiederhaben. Mehr Sport, mehr schräge Serien, mehr verrückte Filme, mehr Gegner. Keine Sorge, da kracht es richtig. Es kommt unerwartet und ich scheiß mir fast in die Hose. Das ist abgefahren. Das wird ziemlich hart. Die Highlights im Februar auf ProSiebenFun! Entschuldigung! Vielen Dank.